Wenn irgendwo auf der Welt eine unzertrennbare Verbindung aus Metall entsteht, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass wir involviert sind. Auf unser Wort ist Verlass. Genauso wie die auf mit unserer Technik zusammengeführten Nähte. Wir sind einer der Weltmarktführer im Bereich der Schweißtechnologie, entwickeln und produzieren Schweißgeräte und schweißtechnisches Zubehör. Wir entwickeln innovative Schweißverfahren, sind ein Komplettanbieter und übernehmen die Verantwortung für den gesamten Schweißprozess. Unser Ziel ist es, erster und bester zu sein, wenn es um Technologie, Qualität und Kundennutzen geht. Qualität bedeutet für uns das Streben nach Perfektion. Unser Qualitätsanspruch verlangt, dass jede Maschine, jeder Brenner und alles, was unser Logo trägt, von höchster Güte und Lebensdauer ist. Das erreichen wir durch unsere hohe Fertigungstiefe, den Einsatz hochwertigster Komponenten und Materialien, sowie eines durchgängigen Qualitätsmanagementsystems. Wir übernehmen Verantwortung gegenüber unseren Kunden, unserer Umwelt und der Gesellschaft. Wir entwickeln gemeinsam mit unseren Partnern die Schweißtechnik der Zukunft, machen Schweißprozesse noch wirtschaftlicher, sicherer und noch ressourcenschonender. Mit dem EWM Award gestalten wir die Zukunft aktiv mit und fördern zukunftsweisende Trends. Der EWM Award wird nun schon zum fünften Mal im zehnten Jahr vergeben. Zusammen mit dem DVS und ausgewählt durch eine unabhängige Jury vergeben wir den Preis an junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit einem fügetechnischen Thema beschäftigen wollen. Mit 30.000 Euro ist der Preis in der Fügetechnologie sicher einer der anerkanntesten Preise. Die Idee der Augmented Reality Umgebung für Schweißfachkräfte ist kurz vorher eigentlich entstanden und wir haben sie natürlich dann auf den EWM Award entsprechend angepasst. Mein Name ist Alexander Atzberger. Ich bin 27 Jahre alt. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Bundeswehr-Uni München im Labor für Plasmatechnik und ich erforsche Schweißprozesse. Ja, unsere Branche lebt ja davon, dass wir unsere Schweißprozesse im Hinblick auf Effizienz und Qualität kontinuierlich weiterentwickeln. Die Schweißtechnik galt früher als dirty and dangerous, ist jetzt heute clean und clever. Einerseits wollen wir ein Ausbildungstool kreieren, um die Lücke zwischen Virtual Welding von EWM, das heißt das Soldamatic-System, wo man ohne Lichtbogen, also mit virtuellem Lichtbogen schweißt und da eben die Lücke schließen zum realen Schweißen. We are Welding. Mit dieser Leidenschaft treiben wir die Digitalisierung und Entwicklung in der Schweißtechnik maßgeblich voran und begleiten unsere Kunden auf ihrem Weg zu einer intelligent vernetzten Produktion. Und wir denken heute schon an Lösungen für übermorgen. Schatz, kommst du? Essen ist fertig. Ich komm gleich. Super. Wir sind Schweißen. Wir sind EWM.